Heute gibt es mal wieder fünf sehr alte Kriminalfälle. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Um das Jahr 1897 herum wird Martha Löwenstein in Ungarn geboren. Bereits als Kleinkind wird sie von ihrer Mutter in die Obhut eines anderen Paares gegeben, das in schwierigen finanziellen Verhältnissen lebt. Einige Jahre später wird sie in eine Wohltätigkeitseinrichtung in Wien gebracht. Marthas leibliche Mutter ist durch eine Eheschließung mit einem Mann, der kurz darauf in die USA verschwindet, ebenfalls nach Wien gekommen und ab dem Alter von zwölf Jahren lebt Martha wieder bei ihr. Während sie als 15-Jährige im Laden einer Schneiderei arbeitet, lernt sie den 74-Jährigen Moritz Fritsch kennen, der ein Kaufhaus besitzt. Martha, die als außerordentlich attraktiv beschrieben wird, zieht kurz darauf bei dem 52 Jahre älteren Mann ein und er bezahlt ihr den Besuch zweier Schulen in Frankreich und England, wo Martha die Benimmregeln der Adelsgesellschaft erlernt. Martha, die ja in Armut aufgewachsen ist, verkehrt zum ersten Mal in ihrem Leben in diesen Kreisen und sie findet sehr schnell Gefallen daran. Als sie zurückkehrt, zieht sie wieder bei Fritsch ein, doch sie beginnt gleichzeitig ein Verhältnis mit dem Ingenieur Emil Marek. Als Fritsch im Jahr darauf stirbt, vererbt er ihr sein riesiges Anwesen in Mötling bei Wien. Die nun 20-jährige Martha heiratet Emil Marek. Gemeinsam verprassen die beiden innerhalb von nur zwei Jahren das gesamte Vermögen von Moritz Fritsch. Mit seinen Ideen als Erfinder hat Emil keinen Erfolg und das Paar braucht dringend Geld. Am 24. Juni 1925 schließt Emil auf Marthas Drängen eine Unfallversicherung ab. Bereits am nächsten Tag, dem 25. Juni, hat Emil einen Unfall beim Holzhacken und verletzt sich schwer, und zwar so schwärmend, dass er sein linkes Bein verliert. Der Versicherung kommen die Umstände des Unfalles merkwürdig vor und sie verweigert die Zahlung der Versicherungssumme. Nachdem einige Gutachter feststellen, dass die Verletzung von Emil offenbar absichtlich verursacht wurde, da sie drei Einschnitte aufweist, anstatt wie bei einem Unfall zu erwarten nur einen, werden er und seine Frau wegen Versicherungsbetruges festgenommen. Es wird angenommen, dass Martha Emil in Absprache mit ihm mehrfach ins Bein gehackt hat und es dabei fast komplett abgetrennt hat. Im Gerichtssaal soll Emil vorführen, wie der ganze Unfall vor sich gegangen ist, also wie er die Axt gehalten haben will, dass sie so in sein Bein abrutschen konnte. Obwohl die Angaben der Gutachter, warum es kein Unfall gewesen sein könne, eigentlich klar und nachvollziehbar sind und sogar Emils abgetrenntes Bein im Gerichtssaal zu einer besseren Veranschaulichung des Ganzen gezeigt wird, wird das Ehepaar Marek nicht schuldig gesprochen. Die Öffentlichkeit wurde bereits von der Presse beeinflusst, die auf der Seite der Mareks steht und berichtet hat, dass die Versicherung sich durch die Anklage vermutlich vor der Zahlung der Versicherungssumme hätte drücken wollen. Möglicherweise hat Marthas attraktives Aussehen und ihr Auftreten vor der Presse etwas damit zu tun. Nun erhalten die Mareks eine umfangreiche Zahlung und werden nach vier Monaten wieder aus der Haft entlassen. Es heißt, Martha sei gemeinsam mit einer Frau in einer Zelle gewesen, die ihren Mann mit Gift umgebracht hat. Auch die Zahlung der Versicherung haben Martha und ihr Mann schnell wieder aufgebraucht. Sie ziehen für einige Zeit nach Algerien und bekommen zwei Kinder. Doch auch in Algerien hat das Paar keinen beruflichen Erfolg und in der Ehe läuft es immer schlechter. Die Familie kehrt nach Wien zurück. Martha bezeichnet Emil als Versager. Während Martha und Emil sich immer schlechter und schlechter verstehen, erkrankt Emil oft und hat verschiedene Symptome wie Lähmungserscheinungen und außerdem sieht er immer schlechter, bis er schließlich erblindet. Im Jahr 1932, sieben Jahre nachdem er sich mit der Axt am Bein verletzt hat, verstirbt er plötzlich und der Arzt nimmt an, dass er Tuberkulose hatte. Nur kurz darauf verstirbt dann auch noch Ingeborg, die sieben Jahre alte Tochter der Mareks, die seit einer Weile ähnliche Symptome wie ihr Vater hatte. Niemand verdächtigt Martha, etwas mit den Todesfällen zu tun zu haben, sondern sie tut allen leid. Zusätzlich zum Mitgefühl ihres Umfeldes erhält sie die Auszahlungen aus den Lebensversicherungen von Emil und ihrer Tochter. Ihre Tante, Susanne Löwenstein, ist ebenfalls bereits seit einer Weile an mysteriösen Symptomen erkrankt. Martha zieht bei ihr ein, um sich um sie zu kümmern. Susanne Löwenstein ist bereits älter und hat es zu einem kleinen Vermögen gebracht und kurz vor ihrem Tod im Jahr 1934 lässt sie Martha als alleinige Erbin eintragen. Auch um das Erbe ihrer Tante auszugeben, braucht Martha nicht lange. Anschließend nimmt sie eine Frau, Felicitas Kittenberger, zur Untermiete bei sich auf. Irgendwie kann sie Felicitas davon überzeugen, eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten abzuschließen. Auch Felicitas verstirbt kurz darauf. Doch Martha bekommt nicht genug. Um noch mehr Geld von einer Versicherung zu ergaunern, meldet sie, dass einige teure Gemälde, die noch im Haus ihrer Tante Susanne Löwenstein hingen, in dem sie nun lebt, gestohlen worden seien. Als die Polizei bei ihr eintrifft, stellt sie fest, dass Martha erkrankt zu sein scheint und außerdem so gut wie blind ist. Doch einer der Polizisten, der bereits damals bei dem Vorfall, als ihr Mann sich ins Bein gehackt hatte, ermittelt hat, erinnert sich an einen noch nicht lange zurückliegenden Zeitungsbericht über eine exklusive Party, der auch Martha Marek beigewohnt hatte, und zwar bei bester Gesundheit. Er fängt Marthas Haushälterin ab, um sie zu befragen. Sie bestätigt, dass Martha nicht erkrankt oder fast erblindet sei. So fädelt die Polizei einen Plan ein. Die Haushälterin muss Martha darüber benachrichtigen, dass sie erkrankt sei und einen Ersatz schicken wird. Als Ersatz trifft eine Frau von der Polizei bei ihr ein und macht ebenfalls die Beobachtung, dass Martha völlig gesund ist. Der Polizist, der den ersten Verdacht hatte, möchte Martha nun unbedingt überführen. Er lässt Lagerhäuser in Wien überprüfen und erhält den Hinweis, dass in einem davon nachts eine Lieferung eingegangen ist, die offenbar von Martha in Auftrag gegeben wurde. Sie hatte darauf bestanden, dass die Lieferung nachts sein müsse. Als die Polizei sich diese Lieferung ansieht, stellt sie fest, dass es sich um die Gemälde handelt, die Martha als gestohlen gemeldet hatte. Sie wird in U-Haft genommen. Dies erregt das Interesse des Sohnes von Felicitas Kittenberger. Der Tod seiner Mutter kam ihm äußerst merkwürdig vor und nun, wo Ermittlungen gegen die Vermieterin seiner Mutter laufen, meldet er seinen Verdacht den Behörden, dass sie etwas damit zu tun haben könnte. Nach seiner Meldung wird seine Mutter Felicitas exhumiert. Bei der Untersuchung ihrer Leiche Vitalium festgestellt, dass damals in einer Paste enthalten waren, die man als Rattengift kaufen konnte. Nun werden auch ihre Tante Susanne Löwenstein und ihr Mann exhumiert. Das Gift ist immer noch nachweisbar. Der Polizist, der die Gemälde aufgefunden hatte, erinnert sich daran, dass Martha damals bei den Ermittlungen wegen des Unfalles ihres Mannes einen Sohn, Alfons, hatte. Er kann Alfons in einem armen Viertel aufspüren, wohin der junge Mann sich vor kurzem freiwillig zurückgezogen hatte, um von seiner Mutter wegzukommen. Alfons ist schwer erkrankt und der Polizist lässt ihn sofort untersuchen. Wie er bereits befürchtet hat, wurde auch Alfons mit Talium vergiftet. Doch er überlebt. Er hatte erst kurz zuvor eine Lebensversicherung zugunsten seiner Mutter abgeschlossen. Martha streitet die Taten ab, doch bevor ihr Prozess beginnt, konnte die Polizei einen Mann ausfindig machen, der als Chemiker arbeitet und der Martha das Gift verkauft hatte. Durch seine Aussage kann sie schließlich zusammen mit den anderen beweisen, auch ohne ein eigenes Geständnis, verurteilt werden. Vor Gericht faked Martha erneut die gleichen Symptome, die sie auch bei ihren Opfern beobachtet hat. Zum Beispiel tut sie so, als könne sie nicht mehr richtig sehen oder gibt vor, Lähmungserscheinungen zu haben. Aus diesem Grund wird sie in einem eigens für sie konstruierten Stuhl fixiert und vor Gericht gebracht. Martha Marek wird zum Tod verurteilt. Sie wird am 6. Dezember 1938 im Alter von 42 Jahren mit der Guillotine hingerichtet. Am 18. Mai 1929 ist der 6 Jahre alte Carl Newton Mayhem aus Painesville in Kentucky mit seinem Freund, dem 8 Jahre alten Cecile Van Hoos, auf der Suche nach Alteisen, das sie verkaufen wollen. Die finanzielle Situation in der Zeit ist für die meisten Familien schwierig. Fast alle, die in dem kleinen Ort leben, arbeiten in der Kohlenmine. In wenigen Monaten wird sich ein Börsencrash ereignen, eine finanzielle Katastrophe für unzählige Familien. Doch in Painesville ist die Situation bereits zuvor extrem hart. Carl freut sich natürlich, als er ein großes Stück Alteisen entdeckt. Doch Cecile kommt ihm zuvor und schnappt es ihm vor der Nase weg. Dann schlägt er Carl und sagt, dass das Stück Alteisen seines sei. Carl ist wütend und rennt nach Hause. Sein Vater hat ein Gewehr auf einem Brett über der Haustür deponiert. Carl stellt sich auf einen Stuhl, um es zu erreichen, nimmt es mit, und macht sich wieder auf die Suche nach seinem Freund Cecile. Als er ihn findet, ruft er am Zitat, jetzt werde ich dich erschießen. Unmittelbar danach drückt er ohne zu zögern ab. Cecile wird tödlich getroffen. Carl wird unmittelbar nach dem Vorfall, der bei den Einwohnern für Entsetzen sorgt, festgenommen. Er gibt sofort zu, geschossen zu haben. Wenige Tage nach der Tat steht Carl bereits vor Gericht und beschreibt, wie es zu der Tat gekommen ist. Zunächst wird er zu 15 Jahren in einer Jugendeinrichtung verurteilt. Doch sein Vater geht in Berufung. So lange darf Carl gegen Kaution nach Hause zu seinen Eltern. Um die Kaution zu bezahlen, kratzt die gesamte Verwandtschaft des Jungen ihr letztes Geld zusammen. Die Bevölkerung ist geteilter Meinung. Das Konzept, dass Kinder in diesem Alter noch nicht voll verantwortungsfähig sind, ist den Menschen zu dieser Zeit noch eher fremd, genauso wie es nicht üblich ist, die Schuld von Taten von Kindern bei deren Eltern zu suchen. Carls Eltern bekommen viel Post, einerseits von Personen, die sie unterstützen und der Meinung sind, dass Carl die Folgen seiner Handlungen nicht abschätzen konnte und dass die Strafe viel zu hart sei. Andererseits bekommen sie auch Briefe von Leuten, die außer sich sind und den Jungen verteufeln. Der Generalstaatsanwalt überprüft das Urteil und kommt schließlich zu dem Schluss, dass Carl nicht in die Jugendeinrichtung muss. Er hebt das Urteil auf und Carl darf bei seinen Eltern bleiben. Er wird danach nicht mehr auffällig. Über sein Erwachsenenleben ist nichts bekannt. Er stirbt im Jahr 1958 im Alter von 35 Jahren. Der Grund ist unbekannt. Am Mittag des 6. Februars 1911 macht sich der 19-jährige Schuhmacher Nicolas Ocha-Gavia aus Tabar in Spanien zu Fuß auf den Weg in den etwa 16 Kilometer entfernten Ort Sangueza. Er stoppt unterwegs in einer Bar und kommt nach mehreren Stunden gegen 6 Uhr am Abend in Sangueza an. Dort trifft er einen Bekannten, der aus dem Nachbarort Rockerforte kommt. Er lädt ihn ein, dort gemeinsam ein Gasthaus zu besuchen. Die beiden essen gemeinsam mit anderen jungen Leuten und beginnen dann ein Kartenspiel, bei dem alle echtes Geld setzen. In der Nacht vom 6. auf den 7. ist die Stimmung ausgelassen. Nicolas verbringt die Nacht in Rockerforte. Am nächsten Tag feiert er mit zahlreichen Personen weiter und er beteiligt sich wieder an den Kartenspielen. An diesem Abend hat Nicolas eine Glückssträhne. Er gewinnt ein Spiel nach dem anderen und aufgrund des ganzen Geldes, das er nun bereits erhalten hat, wird die Stimmung der anderen Spieler immer angespannter. Schließlich geht er gleich in zwei Gruppen als Gewinner des Abends hervor. Danach schlägt die Stimmung komplett um. Als er sich das gewonnene Geld auszahlen lässt, kommt Unmut auf. Im Gasthaus beginnt währenddessen wie jede Nacht der Tanz. Gegen 3 Uhr in der Nacht hört Nicolas einige Männer über ihn reden. Sie sprechen hinter seinem Rücken Drohungen gegen ihn aus, da er alle Spiele gewonnen hat. Er teilt einem Bekannten mit, was er gehört hat und sagt, dass er sich aus dem Staub machen würde. Sein Bekannter versucht ihn zu beruhigen und da zu bleiben, doch Nicolas verlässt Roccaforte in den frühen Morgenstunden des 8. Februars zu Fuß und läuft in Richtung Sanguesa. Am Tag darauf, dem 9. Februar, meldet sein Vater, dass Nicolas am Vortag nicht wie geplant nach Hause zurückgekehrt sei. Die örtliche Polizei aus Roccaforte befragt viele der Personen, die in der Nacht von Nicolas' Verschwinden im Gasthaus gewesen sind. Dabei erhalten sie eine Menge widersprüchlicher Angaben. Eins scheint klar zu sein, Nicolas ist ermordet worden, doch wo und von wem ist fast in jeder Aussage der Befragten unterschiedlich. Da eine Menge Personen über den Vorfall Bescheid wissen, müssen auch einige von ihnen in den Vorfall involviert sein, doch jeder schiebt die Ausführung der Tat auf andere. Die Männer aus Roccaforte zum Beispiel behaupten, es sei eine Gruppe von Männern aus dem Ort Lombier gewesen. Die Männer aus Lombier behaupten das Gegenteil. Die Ermittler versuchen währenddessen Nicolas' Leiche zu finden und suchen zwischen Sanguissa und Roccaforte jedoch ohne Erfolg. Am 3. April, fast zwei Monate nach Nicolas' verschwinden, erhält sein Vater einen anonymen Brief. Darin steht, dass der Bürgermeister sowie die Kellner aus dem Gasthaus in Roccaforte wüssten, wo seine Leiche sei. Doch wieder führen die Aussagen der Personen, die befragt werden, nicht zu Nicolas' Leiche. Dennoch bekommen die Ermittler durch die vielen Aussagen langsam ein klareres Bild vom Geschehen in der Nacht. Drei Wochen später, am 25. April, wird Nicolas' Leiche an einem Staudamm des Kaseda-Flusses angespült. Sie ist stark entstellt und verstümmelt worden. Die Polizei weiß bereits, dass eine ganze Gruppe von Personen für Nicolas' Tod verantwortlich sein muss, denn jeder, den sie befragen, scheint irgendetwas darüber zu wissen, doch da viele von Beginn an versucht haben, die Vorgänge zu verschleiern, fehlt noch ein konkreter Hinweis auf die genauen Täter. Die Kellner aus dem Gasthaus sowie der Bürgermeister wurden ja bereits in dem Brief an Nicolas' Vater benannt. Bei weiteren Überprüfungen der Kellner bekommt die Polizei anhand ihrer und mehrerer Aussagen von weiteren Personen schließlich den Ablauf der Nacht der Tat heraus. Nachdem Nicolas das Gasthaus verlassen hat, verfolgt ihn eine ganze Gruppe von Personen, darunter mehrere der Männer, die Geld beim Spielen verloren haben, gemeinsam mit einigen der Kellner und sogar gemeinsam mit einigen Behörden des Ortes, die ebenfalls im Gasthaus waren. Alle von ihnen hatten die Spiele, die für Nicolas so gut gelaufen sind, vorher beobachtet. Als er einen Olivenhain erreicht, trifft ihn plötzlich ein Stein, den einer seiner Verfolger von einer Anhöhe aus auf ihn geworfen hat. Nicolas fällt deswegen zu Boden und schon stürzen sich zwei Männer auf ihn, die ihm dreimal mit einem Messer in den Rücken stechen. Anschließend werfen sie seine Leiche zunächst in einen Steinbruch. Doch da die polizeilichen Ermittlungen zu seinem Verschwinden bereits zwei Tage später beginnen, fühlen sich viele der Männer, die an der Tat beteiligt waren, nicht mehr wohl mit dem Versteck der Leiche. Einige von ihnen gehen wenige Tage später erneut zum Steinbruch und verstümmeln Nicolas' Leiche, damit sie nicht mehr zu identifizieren ist. Dann werfen sie sie in den Kaseda-Fluss, wo sie erst zwei Monate später wieder ans Licht kommen wird. Als Hauptschuldige können schließlich drei Männer aus Lombier identifiziert werden. Doch außer den drei Ausführenden haben Nicolas noch etwa 18 weitere Männer verfolgt und die Tat auch zum Teil beobachtet. Zwölf davon waren Kellner aus dem Gasthaus und sechs weitere waren Männer aus den umliegenden Orten, mehrere davon auch bei den Behörden. Sie werden ebenfalls angeklagt. Einer der drei Hauptschuldigen, die Nicolas direkt angegriffen haben, wird als der Hauptratssieher ausgemacht. Doch er ist selbst noch minderjährig. Er ist der erste, dem der Prozess gemacht wird und er erhält eine lebenslängliche Haftstrafe. Vier weitere der Beteiligten erhalten Geldstrafen und Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren. Doch es gibt immer noch keine eindeutige Klarheit darüber, wer von ihnen nun in welchem Maße verantwortlich ist. In den Jahren nach dem Prozess gehen Gerüchte herum, dass der zu lebenslänglicher Haft verurteilte Jugendliche nicht wirklich der Haupttäter war und dass der eigentlich Schuldige bislang straffrei davon gekommen sei. Nicolas' Vater beantragt eine Verfahrenswiederaufnahme, doch er muss dafür selbst finanziell aufkommen, was er sich nicht leisten kann. So platzt ein erneuter Prozess und die wahren Antworten bleiben verborgen. Weiteren Gerüchten zufolge ist der eigentlich Hauptschuldige noch während des laufenden Prozesses nach Amerika geflohen. Dort soll er Jahre später die Tat gestanden haben, kurz bevor er verstorben ist. Die Familie Kent lebt in Sidmouth in Devon in Großbritannien. Im Jahr 1844 bekommen die Kent's ihre Tochter Constance. Zu dieser Zeit haben sie bereits zwei Töchter. Darüber hinaus hatten sie fünf weitere Kinder, die alle früh verstorben sind. Ein Jahr nach Constance bekommen sie ihren Sohn William. Die Kent's sind finanziell gutgestellt. Der Vater Samuel arbeitet im Einwanderungsbüro und die Mutter Mary Ann ist die Tochter eines erfolgreichen Wagenbauers. Als Constance acht Jahre alt ist, erkrankt ihre Mutter schwer. Ihr Vater Samuel vergnügt sich in dieser Zeit mit dem Kindermädchen Mary Drew Brett. Nachdem seine Frau wenig später verstirbt, heiratet er Mary und bekommt mit ihr in den nächsten Jahren drei Kinder, darunter im Jahr 1856. Als Constance zwölf Jahre alt ist, den Sohn Francis. Die Familie wohnt inzwischen in dem kleinen Dorf Goat in Wiltshire. Sie hat ein großes, komfortables Haus mit drei Etagen. Ein kleineres Haus für mehrere Angestellte ist ebenfalls auf dem Grundstück. Doch der Vater, Samuel, zieht den Unmut einiger Nachbarn auf sich, da er sein Grundstück einzäunen lässt, was in der Gegend nicht üblich ist, und außerdem, da er sich gegen das Fischen in einem Bach ausspricht, der an seinem Grundstück entlang führt. In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1860 schlägt ein Hund der Familie an, doch es ist bereits nach Mitternacht und niemand sieht nach, was der Grund dafür ist. Am frühen nächsten Morgen steht das Kindermädchen Elizabeth Koch auf und stellt fest, dass Francis, der inzwischen fast vier Jahre alt ist, nicht in seinem Bett ist. Er und seine beiden Geschwister, die der Vater Samuel mit seiner neuen Frau hat, schlafen alle in Elisabeths Zimmer. Elisabeth ist jedoch nicht besorgt, da Mary, Frances Mutter, ihn oft noch in der Nacht abholt und ihn dann in ihrem Bett schlafen lässt. Sie legt sich nochmal für eine Stunde schlafen. Anschließend geht sie zum Zimmer von Mary, der Mutter, und fragt, ob sie Francis nun wieder mitnehmen solle. Doch er ist überhaupt nicht bei ihr. Als Mary die Mutter erfährt, dass er nicht in seinem Bett in Elisabeths Zimmer war, grät sie sofort in Panik. Alle beginnen, nach Francis zu suchen. Die Dienstboten informieren die Nachbarn, die auch sofort vorbeikommen. Es dauert nicht lange, bis Francis gefunden wird. Der Schuhmacher, der der Familie beim Suchen geholfen hat, findet im außenliegenden Toilettenhaus zunächst eine Decke, die in die Toilette gesteckt wurde. Als er sie hinauszieht, findet er darin Francis' Leiche. Während er sie aus der Toilette herausholt, fällt Francis' Kopf fast ab, da seine Kehle so tief durchgeschnitten ist. Francis trägt sein Nachthemd und ist in eine weitere Decke eingewickelt. Neben der durchgeschnittenen Kehle hat er mehrere Stichverletzungen in der Brust. Die Familie ist völlig entsetzt. Einige weitere Nachbarn haben Blut im ebenfalls außenliegenden Haus der Dienstboten gesehen. Die Polizei verliert keine Zeit und nimmt das Kindermädchen Elisabeth fest, bei dem Francis ja geschlafen hatte. Ihre Theorie lautet, dass Elisabeth mit Francis' Vater Samuel intim gewesen sei und dass Francis aufgewacht sei, dies gesehen hätte und deswegen aus dem Weg geräumt worden sei. Elisabeth beteuert allerdings, die ganze Nacht lang durchgeschlafen zu haben und nichts von Francis' Verschwinden mitbekommen zu haben. Trotz ihres Verdachtes kann die Polizei ihrem und auch Samuel nichts nachweisen. Dann rücken auch die 16 Jahre alte Constance sowie einer der älteren Söhne William in ihren Blick. Bei einer Durchsuchung des Hauses wird im Schornstein ein blutbeflecktes Nachthemd einer erwachsenen Person gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter zurückkehren wird, um dieses Beweismittel an sich zu nehmen. Deswegen wird es im Schornstein belassen und es wird rund um die Uhr von zwei wechselnden Polizisten bewacht, um so vielleicht dem Täter auf die Spur zu kommen. Leider passiert eine Panne. Als die zwei Polizisten, die mit der Bewachung des Schornsteines betraut sind, kurz die Küche betreten, werden sie dort eingesperrt. Als sie kurz darauf befreit werden, ist das Nachthemd im Schornstein verschwunden. Es wird trotz umfangreichen Suchen nie wiedergefunden. Der leitende Ermittler Foley verschweigt den Verlust des wichtigen Beweismittels zunächst, da er mit empfindlichen Strafen für sich und seine Ermittler rechnet. Doch schließlich wird Scotland Yard eingeschaltet. Detektiv John Weicker von Scotland Yard ist überzeugt davon, dass Constance die Täterin ist. Er beschreibt, sie sei willensstark und hätte dadurch, dass sie ein eigenes Schlafzimmer im Haus hatte, die perfekte Gelegenheit, die Tat unbemerkt zu begehen. Er ist überzeugt, dass das nun verschwundene Nachthemd, das blutbefleckt war, das Nachthemd von Constance gewesen ist. Weicker hat einige komplexe Fälle gelöst und es wird gesagt, dass er fähig sei, die kompliziertesten Fälle aufzuklären. Doch obwohl er Constance eine Woche lang täglich verhört, bekommt er nichts aus ihr heraus und kann ihr schließlich auch nichts nachweisen. Während der Verdacht dem Bruder William gegenüber schließlich nicht weiter verfolgt wird, wird Constance am 16. Juni festgenommen. Doch die Öffentlichkeit ist empört über die Anschuldigung gegenüber einem Teenager-Mädchen aus einem wohlhabenden Haushalt. Francis leugnet weiter jede Tatbeteiligung und da die Polizei ihr ebenfalls nichts nachweisen kann und auch aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit wird sie schließlich wieder aus der U-Haft entlassen. So bleibt der Fall erst mal ungelöst. Die Familie Kent zieht nach der Tragödie nach Waxham und Constance geht einige Zeit lang nach Frankreich, wo sie ihren Schulabschluss macht. Als sie fünf Jahre später wieder in England ist, steht sie plötzlich vor ihrem Pfarrer Arthur Wagner, damals ihren Halbbruder umgebracht zu haben. Er unterstützt sie dabei, sich den Behörden zu stellen. Constance sagt aus, dass sie in der Nacht des Geschehens die Fenster des Gästzimmers geöffnet hätte, um vorzutäuschen, dass jemand dort ins Haus gekommen sei. Dann holt sie ihren Halbbruder Francis aus seinem Bett in Elisabeths Zimmer, ohne dass jemand aufwacht. Sie hätte ihren Bruder dann ins Toilettenhaus mitgenommen und ihn dort ermordet. Um nachts etwas sehen zu können, hatte sie sich bereits zuvor Streichhölzer auf der Toilette deponiert. Als Tatwaffe benutzt sie ihre Aussage nach eine Rasierklinge, die sie zuvor ihrem Vater gestohlen hatte. Doch obwohl Constance nun von sich aus gestanden hat, gibt es seitens der Öffentlichkeit weitere Zweifel. Man erzählt, dass sie andere Personen aus ihrer Familie schützen wolle und deswegen ein falsches Geständnis abgegeben hat. Es wird spekuliert, dass Samuel der Vater selbst für Francis Tod verantwortlich ist und wieder wird ein mögliches Verhältnis von ihm zu seinem Kindermädchen Elisabeth diskutiert. Es heißt, der Sohn seiner neuen Frau hätte das Kindermädchen Elisabeth davon abgehalten, eine ernsthafte Beziehung mit ihm einzugehen und er hätte Francis in einem Akt der Garage umgebracht. Allerdings ist es auch bekannt, dass Samuel seinen Kindern, die er mit seiner zweiten Frau Mary hatte, wesentlich mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht hätte als seinen Kindern aus erster Ehe, also zum Beispiel Constance und William. Francis soll sogar sein Lieblingssohn gewesen sein. Hätte er ihn wirklich wegen einer Affäre umgebracht? Die Bewohner des Ortes kennen Samuels hitziges Temperament, was mit dazu beiträgt, dass ihm die Tat an seinem eigenen Sohn zugetraut wird. Doch für die Behörden gilt Constance nach ihrem Geständnis als die Täterin. Sie wird angeklagt und zum Tod verurteilt, doch da sie zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre alt war, wird ihre Strafe in lebenslängliche Haft umgewandelt. Nach 20 Jahren Haft wird sie 1885 im Alter von 41 Jahren entlassen. Sie geht nach Tasmanien, wo ihr Bruder William inzwischen lebt und ändert ihren Namen in Ruth Emily Kay. Sie lässt sich als Krankenschwester ausbilden und arbeitet zwölf Jahre lang als Oberschwester in einem Krankenhaus in Sydney. Anschließend arbeitet sie noch zehn Jahre lang an einer Mädchenschule. Mittlerweile gibt es weitere Spekulationen. Eine Autorin zum Beispiel beschreibt, dass, wenn Constance's Geständnis falsch war, sie es nicht abgegeben hätte, um ihren Vater zu schützen, sondern ihrem Bruder William, der der mutmaßliche Täter gewesen sei. Constance und William hätten ein sehr enges Verhältnis zueinander gehabt und William hätte sich rächen wollen, dass ihr Vater den Kindern, die er mit seiner neuen Frau hatte, viel mehr Aufmerksamkeit gegeben hatte. Entweder sei William der alleinige Täter oder Constance sei seine Komplizin gewesen und hätte die Tat mit ihm gemeinsam geplant. Doch Constance äußert sich nie wieder über den Vorfall, auch nicht, nachdem sie aus der Haft entlassen wurde und ihr Vater sowie ihr Bruder William bereits verstorben sind. Wenn sie die Tat tatsächlich begangen hat, warum hat sie dann fünf Jahre später freiwillig gestanden? Sie war ja bereits damit davongekommen. Sollte sie tatsächlich so ein schlechtes Gewissen gehabt haben? Die einzige andere Möglichkeit wäre ja, dass sie die Warentäter schützen wollte, doch zu dieser Zeit haben keine bekannten Ermittlungen mehr gegen irgendwelche Personen in dem Fall stattgefunden. Constance selbst wird 100 Jahre alt und stirbt im Jahr 1944 in Sydney. William Robinson geht in den 1860ern als Immigrant von New Jersey in den USA nach Salt Spring Island nach Britisch Columbia in Kanada. Er flüchtet aus Angst vor der Sklaverei, die sich in den USA immer mehr ausbreitet. Seine Frau und seine vier Kinder möchte er später nachholen. In Salt Spring Island unterrichtet er die Sonntagsschule und besucht selbst regelmäßig die Kirche. Er lebt alleine, recht zurückgezogen, in einer Holzhütte. Eines Tages im März 1868 wird William von einem Mann, der ihm öfter Lebensmittel liefert, tot in seiner Hütte aufgefunden. Er informiert die anderen Ortsbewohner, doch der Constable wird erst am nächsten Tag über die Tat in Kenntnis gesetzt. William wurde in den Rücken geschossen, und zwar während er an seinem Tisch gesessen und zu Abend gegessen hat. Er liegt direkt vor seinem Tisch, sein Hocker direkt vor ihm und erhält noch das Messer, mit dem er gegessen hatte, in der linken Hand. Seine eigenen Schrotflinten, einige Kleidungsstücke sowie seine Sparbücher wurden gestohlen. Der Täter kann ein ganzes Jahr lang nicht ausfindig gemacht werden, obwohl der Constable offenbar verschiedene Personen im Auge hat, doch es fehlen konkrete Aussagen und Nachweise. Dann erscheint plötzlich ein Mann beim Constable und meldet, dass ein anderer Mann namens Suana Husset, der zu einem örtlichen indigenen Stamm gehört, für den Mord an William verantwortlich sei. Er behauptet, ein Bekannter hätte ihm beim Fischen erzählt, dass Suana Husset die Tat begangen hätte und dass die Tatwaffe in einer Kiste in seinem Haus versteckt sei. Bei den daraufhin stattfindenden Ermittlungen berichtet ein Jugendlicher des Stammes dem Constable, dass er dabei gewesen sei, als Suana Husset William erschossen hätte. Suana Husset hätte ihm an dem Abend angeboten, ihn in seinem Kanu mit nach Hause zu nehmen. Als sie an Salt Springs vorbeigefahren seien, hätte Suana Husset plötzlich gesagt, dass er William Robbins umbringen wolle. Er trägt dem Jungen auf, im Kanu zu warten, doch nach einer Weile sei er ihm zu William Hütte gefolgt. Als er hineingeht, sieht er Suana Husset, der am Kamin sitzt und sich mit William unterhält, der gerade Essen kocht. Suana Husset hätte ihm gesagt, draußen zu warten und ihm dann zu helfen, nach Diebesgut zu suchen, sobald er die Tat begangen hat. So verlässt der Jugendliche die Hütte wieder. Er beschreibt, dass er kurz darauf einen Schuss gehört hätte. Anschließend bringt Suana Husset eine ganze Menge Dinge aus Williams Haus, darunter unter anderem einen Bohrrahmen zu seinem Kanu. Der Bohrrahmen, der mutmaßlich der von William sein soll, wird in Suana Hussets Haus gefunden. Weitere Dinge, die als Diebesgut aus Williams Hütte identifiziert werden können, werden zunächst nicht gefunden, doch im Monat darauf wird bei einer erneuten Suche von Suana Hussets Haus plötzlich eine Axt entdeckt. Auch sie soll William gehört haben. Die beiden Männer, die ihn zu Hause aufgesucht hatten, um ihn festzunehmen, sagen, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt auch bereits in seinem Haus umgesehen hatten, doch eine Axt sei damals nicht dort gewesen. Die Ermittlungen gegen andere mögliche Verdächtige werden jedoch eingestellt, da es ja offenbar einen Augenzeugen gibt, der während der Tat vor Suana Hussets Hütte gewesen sein und kann seit über zwei Jahren, also auch bereits zur Tatzeit nur noch mit einem Stock laufen. So ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der Bericht des Jugendlichen, dass Suana Husset eine Menge Diebesgut aus Williams Hütte alleine zu seinem Kanu gebracht hätte, so stimmt. Darüber hinaus hatte Suana Husset ja dem Jungen laut seiner Aussage die Anweisung gegeben, ihm nach Diebesgut suchen zu helfen, und zwar während William im Raum war, was annehmen lässt, dass er dies gehört haben müsste. Hätte er dabei in Ruhe weitergekocht und sich dann an seinen Tisch gesetzt, um zu essen? Es sieht eher so aus, als sei William alleine beim Essen gewesen, als der Täter unbemerkt von ihm in seine Hütte gekommen ist und ihn sofort von hinten erschossen hat. Allerdings verliert der Constable das See transportiert. Wurde er tatsächlich bei Suana Husset gefunden? Stattdessen wird vor Gericht die Axt präsentiert, die erst einen Monat später in seinem Haus entdeckt worden sein soll und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung nicht dort gesehen wurde. Wurde sie möglicherweise gezielt dort platziert? Dass Suana Husset diese Axt bei William gestohlen hat, soll daran anerkennbar sein, dass die Stammesmitglieder die Griffe ihrer Werkzeuge aus Eichenholz machen würden, was bei dieser Axt aber nicht der Fall gewesen sei. Die Schneide der Axt ist auch ziemlich spezifisch und ein Mühlenbesitzer sagt aus, dass er William diese Schneide verkauft hätte. Außer der Aussage des Jugendlichen, die einige Logikfehler aufweist, gibt es eigentlich keine wirklichen Hinweise darauf, dass Suana Husset tatsächlich der Täter war. Er wird anhand der vermutlich fabrizierten Beweise schuldig gesprochen und zum Tod verurteilt und er wird bereits kurz darauf hingerichtet. Nur kurze Zeit später wird erneut ein Mann aus dem gleichen Ort erschossen. Auch er war US-Amerikaner mit afrikanischer Herkunft. Sein Mörder wurde nie gefasst. Könnte es der gleiche Täter gewesen sein, der auch William Robinson erschossen hat? Innerhalb von weniger als zwei Jahren fällt ein dritter Mann, Mord zum Opfer. Falls alle drei der Taten von der gleichen Person begangen wurden, ist Suana Husset unschuldig verurteilt worden und der Mörder ist ungestraft davon gekommen. Da es damals starke Vorbehalte der Bevölkerung gegenüber den indigenen Stämmen gab, wird inzwischen angenommen, dass Suana Husset gezielt beschuldigt wurde. Falls ihr auch sehr alte Fälle kennt, die ihr gerne mal in einem Video hören möchtet, könnt ihr mir sie gerne in den Kommentaren vorschlagen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare. Lasst mir gerne alles, was euch einfällt unten. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat und aktiviert noch die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanal Mitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis 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 bis